Let's go! Mit der... Oh! Noll! Oha! Oh, 9! Ich hatte 9! LOL! Ja! Was? Hä? Oh, was? 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 LOL! LOL, bro! Ich trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, ihr seht es schon. Ich bin hier einfach mal am Start mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Und zwar mit meinem Cutter Ali. Moin. Moin, moin. Genau, Freunde. Ihr merkt schon, Ali war tatsächlich noch nie zu Gast auf dem Kanal. Zumindest im Real Life noch nicht. Aber, Leute, ihr wisst ja, er schneidet seit... Seit wann schneidest du eigentlich für mich? Ich glaube jetzt ein Jahr, ne? Ein Jahr safe, ne? Ja. Genau, Leute, also seit einem Jahr oder sogar schon länger schneidet Ali jedes einzelne Video von mir, was ihr gesehen habt. Auf jeden Fall sehr, sehr krank. Und auch für Kevin, ne? Für Kevin sogar schon noch länger. Zwei Jahre mindestens. Zwei Jahre sogar für Kevin. Und ja, wir sehen uns seit... Also wir haben uns heute das allererste Mal hier getroffen, tatsächlich auch. Und ich dachte mir, ich überrasche dich auch mal, ne? Und schenke dir ein krasses Opening, weil ich glaube, du hast noch nie so ein fettes Opening gemacht. Noch nie. Genau, ich bin mal gespannt. Kannst du danach sagen, wie es dir so gefallen hat, so ein Opening, was du machen, Leute? Wird sehr, sehr krass, ne? Also gerne schon mal ein Like da lassen. Und check auch Alis Kanal ab, ne? Hat er auch am Start. Wie oft kommen da Videos, Ali? Ja, also lohnt es mir auf jeden Fall zu abonnieren, Freunde. Und genau, ich würde sagen, du weißt ja selbst, ne? Du hast ja schon sehr viele Opening Bats geschnitten, ne? Ja, ja, ja. Du weißt ja selbst. Also wir haben beide einen leeren Account am Start, Leute. Genau. Und die Punkte-Liste, wenn du die Witze hier einmal ein, Ali. Ich weiß gar nicht, wo ich... Irgendwo hier unten links oder bei Lukas und Jax. Genau. Die hat auch Ali eingeblendet. Dieses Video hat auch R geschnitten. Also danke dir schon mal. Bitteschön. Und genau. Wir gehen auf jeden Fall mal in den Shop, Leute, ne? Denn dort haben wir auch eingegeben Creator Code Lukas. Auf jeden Fall sehr geil. Bin mal gespannt, wie viel Luck du hast. Wir fangen mal an mit dem Brawl Pass auch, wie man es kennt. Und da würde ich auch sagen, Ali, da machen wir mal ein Wett-Trennen, ne? Wer jetzt erst bei Stufe 70 ist. Du weißt ja immer, wer gewinnt bei den Wett-Trennen, oder? Kevin oder ich? Kevin. Let's go. Okay, okay. Also genau. Als erstes holen wir jetzt Bull up, würde ich mal sagen, Freunde. Let's go. Nice. Und dann müssen wir tatsächlich die vorgegebenen Brawler ziehen. Ja, ja. Das kennst du ja wahrscheinlich. Also nur mit den... Nur mit Big und Brawl Boxen, genau. Ich habe schon mal den Boxer und... Ja. Oh. Ah, die Supercellergie. Haben wir es nicht gönnen. Freunde, ihr müsst auch mal bewerten, wie dieses Video geschnitten wurde, ne? Müsst ihr auch mal bewerten in den Kommentaren. Ich gebe mir extra Mühe. Ey, immer noch nicht. Let's go. Und der nächste ist Poco Loco. Also auch Kevin natürlich. Bussi gehen raus an der Stelle. Oha. Oh, auch Kevin. Oh, auch Kevin. Ja. Ja, sehr krass. Wenn man vom Teufel spricht halt, ne? Ja, ja. Genau. Oha. Einfach mal Penny. Ja. Ja. Und... Ach, der erste Roller. Der erste Roller. Ja, das ist krass, Ali. Ja, ja. Sehr nice. So, Freunde. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Account vorbereitet und starten mal mit diesen beiden Angeboten rein, würde ich mal sagen. Genau. Und würde ich sagen, let's go. Machen wir mal das für 169 Gems zuerst. Okay. Mhm. Okay. Und Powerpunkte gehen mit dem Niedrigsten. Im Niedrigsten. Mhm. Und ja, würde ich sagen, Freunde, let's go. Oh, mit der... Oh, 9, 0. Oha. Direkt 9, das geht, Digga. Ich hab 8. Ach, das ist noch 8. Das ist nicht so krass, du Gads. Ja, Riff. Aber ey, krass. Erste Vegabox direkt, 9 verbleiben bei dir, heftig. 2, die 2, die 2, wenn dann, let's go. Okay, einmal Star Power und let's go. Und, let's go. Oh, okay. Okay, einmal Jack mit einmal Karl. Kann man mal machen. Zwei Punkte für mich. Let's go. 6 verbleiben habe ich als nächstes. Geh, ich hab 8. Oh, mein. Äh, lol. Danke, geht ja gut los schon mal bei dir. Cutterlack, nennt man sowas. Ja, safe. Leute, also Adi direkt mal hier gut reingedankt. Ich hab nächstes, das, ja. Oh, ja, okay, die Boxerin. Oh, 8 verbleiben da auch wieder. Ja, eine Sache. Neu verbleiben, ne? Hä? Instant, Digga. Oh, mein Gott. Alter, ja, was sind schon wieder knapp vor der 10, Adi hier. Ja, oh, oh, die Zeit. Ja, gönn dir. Ah, gönnt, nicht so gönn. Und, Alter, eins. Oh, die Boxerin. Um der Boxer. Okay, krass, ja. Du auch? Ja, der hat aufgebraucht. Wartreffner. Lol. Gott, wo ist Crank? Hä? 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 Hä, warte, bei 6 verbleibenden, blingende 2. Lol. Oh, okay, nochmal Jacky. Okay, passt. Eigentlich müsste jetzt der Legende, der bekommt. Eigentlich schon. Rein logisch. In der Box, der. Ja, ja. Ich habe da nicht so viel. Ja, vielleicht. Ne, ich glaube, das ist dann, oder? Ist nichts. Genau. Also, Freunde, let's go dann mit dem zweiten. Also, das nach dem Legendären. Hä? Das habe ich schon. Ne, ne, wo ist das? Nein, 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 das nach dem Legendären. Ah, 0, da. Lost. Genau, let's go. Da haben wir nämlich auch nochmal Powerpunkte. Let's go. Oh, 8. Okay. Oh, aber die 2 blinkt. Let's go. Immerhin, Freunde, immerhin. Oh, bei mir blinkt gar nichts. Ja, okay. Einmal Gadget. Und Daryl. Ja, okay. Das geht. Sehr nice, sehr nice. 6 von 1. Ah, okay. Oh, ich habe aber was in der Box. Ich nicht. Und? Ah, okay. Die Superceller, die ich hatte auch noch nicht alle seltenen. Ja, ja. Jetzt habe ich aber alle. Wir machen mit dem Brawl Pass hier mal weiter, würde ich mal sagen. Ich habe 8 verbleibende direkt. Ah, ich auch. Ich auch. Ah, okay, okay. Sehr krass. Und? Hast du 2 Sachen? Eine Sache habe ich. Okay. Go. Oh. Oh. Oha, Ash. Bisschen mythisch, oder? Der ist mythisch, ja. Ah, crazy. Sehr krass. Okay, Freunde, let's go. Weiter geht's mit den Megaboxen. Einmal 8. Oh, okay. Ja, ich habe nur 6 verbleibende. Ja, okay. Oh, auch 8. Let's go. Okay, nice. Und? 2, 1, go. Ja. Oha, was? Hä? Lol. Let's go. Digga, wie schnell. Jürgen, Instant Crow, Alter. Let's go. Ich schwöre dir, meine Stimme macht es nicht mehr. Oh mein Gott, hä? BTF, geisteskranklucky, Leute. Sehr, sehr heftig. Ich habe ein Gadget. Okay, sehr krass. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt vorne liege bisher, aber mega heftig. Ich glaube schon, ja. Kann gut sein, ne? Aber du hast ja auch Ash zum Beispiel bekommen. Ja. Wieder 8. Ja, wieder 8. Ah, ich habe 7. Oh, ich habe aber was. Okay, 3, 2, 1, go. Lol, Bass. Lol, hä? Okay, aber Bass ist episch, also. Ja, okay, dann trotzdem nicht. Aber trotzdem nice, ne? Also, Bass ist schon auch ein sehr cooler Brawler, Leute. Ah, 8. Oh, die jetzt auch safe. Okay, 8 verbleibende. Jetzt. Okay. Und go. Ah, okay. Der erste Brawler, Rico. Aber ich habe jetzt alles super selten, du? Ja, einer fehlt mir noch. Einer fehlt mir noch, okay. Da bin ich in Führung. Ja, 7. Oh, auch 8 verbleibende wieder. Ja, ich habe nichts. Perfekt. Ich öffne einfach mal. Na, ich habe 8. Oh, die Biene. Ah, okay. Ja, ich habe die Biene. Aber du kannst kurz warten, wenn du willst. Nein, ich kann. Naja, mach auch. Okay, 3, 2, 1, go. Ah, perfekt. Okay, let's go. Oh, 8 verbleibende. Oha, du auch, okay. Ja, und go. Oh. Hä? Oh, squeak. Leute, ist das übel gelegt. Ja, ich dachte, du wär Spike. Ja, ja. Ich war auch mega verwirrt, Leute. Ich weiß nicht, ob man das eine Aufnahme gesehen hat, aber das komplett hat gelegt. Oh, und Karl. Lol. Ich habe 6. Nichts. Oh. Jetzt muss ich aber alle Gadgets zahlen. Oh, und wieder ein Gadget. Ich habe gar nichts. Ah, perfekt. Sehr geil. Ich habe wieder 7. Ich habe... Oh, was? Oh, Bro. Lol. Oha. Oh mein Gott, meine Stimme, Buka. Oh mein Gott, hä? Hä? Wann hast du das letzte Mal so laut geschrien, Ali? Noch nie. Was? Ich schrei nie in meinem Spiel. Oha, Digga, als ob du auch Crow ziehst. Oh mein Gott. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ihr ein Like geben sollt, wie Crow. Ja, ja. Ganz, ganz wichtig. Ey, Respekt auf jeden Fall. Ja. Sehr krass, sehr krass. Alter, krass, Leute. Schon mal 2 gegen der Brawler, 2 mal Crow. Oh, ja. Ah, Bell. Oh, Bell. Ja, die ist episch. Die ist episch, genau. Ja, 3 Punkte. Roll. Oh, jetzt aber 8. Oh, 2 Brawler. Lol. Bei 8 verbleibenden 2 Brawler. Okay, okay. Geil, Mann, Nani. Und? Oh, Kijini. Alter. Heftig, aber. Sehr, sehr krank, Leute. Sehr, sehr krank. Ja, Mann. Ja, da geht's. Ja, Mann. Okay. 6 verbleiben. Ah, ich hab was. Oh, Loll. Das ist der erste andere ist das. Ich dachte, das wäre Crow, aber Crow hatte ich. Ja, ja. Bei Colette musst du auch aufpassen. Das sieht auch aus wie Crow. Ja, Crow, grad gönnt es. Ah, krass. Ja, muss ich auch mal aussagen. Ich hab du links vorne auf jeden Fall. BTF. Jetzt muss eigentlich ein Ding, der da kommt. Ja. Ah, ich hab 8, ich hab 8. Oh. Ich hab 2. LOL. Oha. Boys kriege auch da. So, warte mal. Oh, ich hab auch 8. Ja, nice. Okay, dann kannst du verstanden. LOL. Aber auch 2 Brawler. Und go. Oh, Byron. Skag? Ist das Skag? Skag, genau. Skag. Skag. Sehr geil. Oha. Oh, lol. Oh. Oh, sorry. Okay. Einmal Bibi. LOL. Oh, Bibi. Oh mein Gott. Oha, wir ziehen alles gleich, Ali. Auch Crow, ne? Ja. Mach mir nicht nach. Ja, ja. Ja, mit Crow hast du mir nachgemacht, ey. Nee. Das sehen wir nochmal im Schnitt. Ich hab 8. Einfach mal umdrehen im Schnitt, ne? Genau, genau. Theoretisch. Ja, ja. Ich seh zum ersten Mal die Alba-Flasche. LOL. Ah, das ist zum ersten Mal in echt. Ja, und was meinst du, Ali? Wie findest du die? Ich muss die kurz tragen. Oh, Max. Warte, ich ziehe mal. Ah, ja. Oh, was? Ah, 9. Ich hatte 9. LOL. Oh mein Gott. Oha. LOL. Oh mein Gott. LOL, die 3 blinkt. Oh mein Gott. Das wären 10 gewesen. Hättest du ein Gear-Token gehabt, ne? Oh mein Gott. Okay. Okay, ja, dann öffne mal. Ja, keine 3 Brawler. Gadget. Na. Wieder Gadget. Und? Go. LOL, Surge. Ey, wenn da noch ein Gear-Token dabei gewesen wär. Ah, ich hab 8. Oh. Nice. Gönn dir. Ich hab auch 8. Und? Go. Ah, okay. Ist okay. Frank mit dem Hammer. LOL, Connets. Ich hab 8, ich hab 8, ich hab 8. Warte, warte, warte. 2, 2. Oh mein Gott. Nani, und? LOL. Ah, okay. Auch krass, muss man sagen. Sehr heftig. Okay, wieder 7. Oh, pipa. Let's go. Nice. Warte. Ja. Oh, und nochmal Gale. Ah, genau. Der Retner. Das ist eine große Frage. 9. LOL. Oha. Okay, mach. Einmal Star-Power. Und go. Biene. Ah, get. Okay. 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 Ich hab Blu bekommen. Oh, lol. Die Eismaschine nochmal aufentspannt. Wie gemacht? Ey, man. Ah, ich hab 9. LOL. Oh mein Gott. Digga, echt oft 9 verbleiben. 2. 2. Okay, 2. Okay, 2. 2 Sachen. 8. Okay, 8. Dann fang ich an. Gadget. Und let's go. Oh, Ash. Ah, okay, lol. Das ist gut. Ja, okay, beide nochmal 5 Punkte. Oh, die Budi. Ah, okay. Ja, kann man noch mal ein bisschen weiter öffnen. Oha. 2. Oh. Oh, nochmal Griff. Ich kann nicht checken, wer das ist. Ja, ja. Oh, wieder 8. LOL. Okay, das ist gut. Oha. 7 von 8. Das ist schon echt krass. Oh, wieder 8. LOL, Digga, du ziehst so viele Brawler jetzt gerade. Oha. LOL. LOL, Bro. Genau, Freunde, wir haben uns auch hier im Shop natürlich auch entspannt. Zwei Legendäre gegönnt. Richtig heftig. Ich kann mir tatsächlich keiner mehr gönnen. Du kannst sogar noch Amber gönnen, oder? Ja, ja. Oha, gönn dir nochmal Amber. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, krank. Crazy. Ja, schmeckt, schmeckt. Genau, ich kann mir Leon nicht mehr gönnen, aber ich gönne mir noch zweimal Megavox, weil das ist auch noch drin. 9. LOL. Wenn du jetzt noch was ziehst. Aber wenn jetzt noch ein Legendäre kommt. Der ist so irgendwie. Ah, okay. Aber heftig, trotzdem. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Brawler an. Ich habe 26 gezogen. Ich habe 35. Uuuh. Was? Das ist 9 Brawler mehr. Oh mein Gott. Ich sag dir. Hä? Kaffeele. Crazy. Okay, Leute, Ali hat mich hier komplett abgezogen, auf jeden Fall. Sehr krank. Ja, was? GG dazu. War auf jeden Fall ein witziges Video, Leute. Na, da muss ich schon sagen, war sehr cool. Und lass nochmal ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.